Wir sind hier am Standort Röchtling Medical in Brenzbach. Wir beschäftigen uns hier mit Produkten für die Medizin- und Pharmaindustrie. Wir haben uns der Gesundheitsprävention und Gesundheitswiederherstellung verschrieben. Wir sind hier mit gut 160 Mitarbeitern am Standort und sind in Sachen Spritzguss von der technologischen Seite und Montagetechnik und Werkzeugbau aktiv. Wir haben uns bei Hessen Champion beworben, weil wir in der doch sehr außergewöhnlichen Situation, in der Pandemie etwas geschaffen haben, was tatsächlich erwähnenswert ist. Im Gegensatz zu vielen anderen Unternehmen und Branchen, die mit Kurzarbeit zu kämpfen hatten und Arbeitsplatzabbau, haben wir an dem kleinen Standort über 30 neue Arbeitsplätze geschaffen und das ist tatsächlich erwähnenswert und war dann auch die Motivation, bei Hessen Champions anzutreten. Wir haben uns im Gesundheitswesen verschrieben und in der Pandemie sind außergewöhnliche Anforderungen an den Markt herangetragen worden und wir haben hier mit entsprechenden Kapazitäten und Ressourcen die Möglichkeit gehabt, ein Großprojekt zu akquirieren, das dann auch den Aufbau der Arbeitsplätze ermöglicht hat. Musik